Na ja, viele interessante Gespräche, viel Politik für mich und tolle Stimmung, viele Leute, lauter OER-Enthusiasten. Ein nettes Team, gute Betreuung, die Diskussionsfreudigkeit inklusive Lernumgebung für den MINT-Unterricht. Also ich fand das heute wahnsinnig spannend. Wir hatten zwar wenig Sessions, ich habe am Anfang ein bisschen gedacht, das ist ganz schön wenig, aber die, die ich besucht habe, waren alle wirklich fantastisch. Sehr viel Input, sehr viel Output und wir haben, wir von Tutori haben ganz, ganz viele neue Interessierte kennengelernt, mit denen wir weitere Gespräche führen werden. Und ich bin total begeistert und überglücklich, diesen schönen Tag hier gehabt zu haben.